Hey Leute, in diesem Video erfährst du erstmal, wie man eigentlich den Kartuschenfilter reinigen und somit auch die Filterkartusche von unserem Pool richtig sauber machen können. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige die Reinigung mal bei meiner Filteranlage von Intex, aber natürlich funktioniert es bei anderen Herstellern bzw. Modellen relativ ähnlich. Zuerst einmal müssen wir unsere Pumpe vom Strom nehmen. Danach diese am besten auf etwas hohes, wie zum Beispiel einen Hocker draufstellen, dass sich die Pumpe einfach über unserer Wasseroberfläche befindet. Dann würde ich die Pumpe jetzt aufmachen, wenn sie sich noch am Boden unten befindet, dann würde einfach über die Zeit das Wasser aus meinem Pool rauslaufen und die Reinigung natürlich deutlich erschweren. Im nächsten Schritt halte ich mit der einen Hand auch schon meinen Filter fest und mit der anderen Hand kann ich meine dunkelgraue Verschraubung gegen den Uhrzeigersinn lösen. Der Deckel lässt sich normalerweise nicht einfach abnehmen, deswegen erst einmal dieses Entlüftungsventil hier oben etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das hat einfach den Sinn, dass jetzt der Unterdruck von unserer Pumpe genommen wird und nach einem kurzen Moment sollte es auch schon zum Abmachen gehen. Den Filter können wir abziehen. Ich würde sagen, meiner ist wirklich auch schon relativ dreckig, weswegen die Reinigung auf jeden Fall notwendig ist. Und ich persönlich mache das am liebsten, beziehungsweise auch am besten mit einem ganz normalen Gartenschlauch und schaue einfach, dass ich einen relativ starken Strahl hierfür verwende. Und jetzt gehe ich einfach mal durch die einzelnen Lamellen durch und somit sollte sich der gröbste Schmutz auch auf jeden Fall lösen. Ich würde sagen, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Doch bevor wir unseren Filter jetzt einsetzen, ist übrigens auch vollkommen egal, wie rum. Sollten wir mal noch ganz kurz in der Pumpe nachschauen, ob da auch irgendwie größere Verschmutzungen sind. Und die können wir dann auch ganz einfach entfernen. Wenn es aber passen sollte, dann einfach mal unseren Filter wieder einsetzen, dass er auch in die entsprechende Eingärmung hier unten reingeht. Bei mir passt das und falls sich natürlich bei dir jetzt irgendwie diese Dichtung hier gelöst hat, beziehungsweise auch ordentlich direkt dran ist, die nochmal etwas sauber machen und auch dementsprechend wieder einsetzen. Danach ganz einfach unseren Deckel nehmen. Den können wir von oben draufsetzen. Die Schraube lasse ich übrigens noch etwas offen. Und dann können wir auch schon die Verschraubung im Uhrzeigersinn einmal handfest zuziehen. Das sollte normalerweise auch vollkommen ausreichen. Nun die Pumpe wieder langsam auf den Boden runterstellen. Dadurch entlüfte sich jetzt nämlich diese auch schon automatisch, was wir hoffentlich an dem Entlüftungsventil auch gut hören können. Und sobald Wasser aus dem Ventil oben rauskommt, dieses einfach mal wieder im Uhrzeigersinn schließen. Das restliche Wasser mit einem Tuch ganz einfach wegtupfen und die Pumpe ist auch schon richtig entlüftet. In unseren Schläuchen befindet sich aber normalerweise immer noch relativ viel Luft und dies sollten wir natürlich auch noch aus dem System rauskriegen. Deswegen einfach mal den Schlauch von der Pumpe aus Richtung Pool immer etwas höher gehen lassen. Dadurch sollte jetzt nämlich auch schon die Luft natürlich Richtung Pool hochsteigen. Und das machen wir einfach mal bis zu unserem Anschluss, bis natürlich die ganze Luft auch richtig draußen ist. Hierfür können wir übrigens auch gerne noch etwas am Schlauch schütteln. Dadurch sollten die Luftblasen noch besser nach oben aufsteigen. Und dann ist aber auch wirklich das ganze System wieder frei von Luft. Zum Schluss die Pumpe wieder an die Steckdose anschließen. Und wir können sehen, dass sie wieder einwandfrei funktioniert. Ich persönlich schaue übrigens circa ein bis zweimal die Woche in meine Pumpe rein, wie der Filter ausschaut. Reinige diesen gegebenenfalls. Und falls sich aber dann doch irgendwann der Filter einfach nicht mehr reinigen lässt, weil er zu sehr verschmutzt ist, dann müssen wir uns natürlich einfach einen neuen besorgen. Und somit haben wir jetzt auch schon so eine Filterkartusche richtig gereinigt. Wenn du dir für zu Hause eine neue Filteranlage mit mehr Leistung oder auch einfach mehrere Filterkartuschen auf einmal zulegen möchtest, um einfach etwas Geld dabei zu sparen, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.